Uah! Uah! Moin Moin! Ich bin's, euer Flatti! Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe hohen Besuch im Hause Flatti. Guten Tag Herr Flatti, wie geht es dir? Mir geht es gut. Und hier? Schön zu sehen. Ja, ich freue mich. Stell dich mal vor. Ich bin der Herr Goldmann, damals bekannt als größter YouTube-Troll. Heutzutage einfach nur ein Wandersmann mit Freunden, mit dem Herrn hier unten, den ihr vielleicht nicht sehen könnt und eventuell immer mit dir. Ich würde mich freuen. Jo, ich würde mich auch freuen. Würde mich freuen. Was machen wir heute? Gute Frage. Ich habe gehört, du möchtest mir etwas teilen. Wir haben hier ein wunderbares KitKat. Es wird Premium-Content, wie ihr wisst. Und wir werden uns dieses KitKat teilen. Vielleicht ist der Videotitel, so esse ich ein KitKat. Wer weiß. Ich öffne es. Danke. So, ich öffne es. Schaut euch diesen wunderschönen KitKat an. Da der Typ hier unten noch schläft, wird das Teil einfach. Das sind vier Stück, hier der Typ zwei. Danke. Bitte? Ich bin gespannt, ob es gut ist. Ich lasse es direkt zusammen. Jo. Freund, danke für die Einladung. Nicht dafür. Nein. Das ist Content, Alter. Das wollen die Leute sehen. Jetzt noch jemanden grüßen. Ach so, das ist ja dein Kanal. Ich grüße Herrn Goldmann. Oh. Und ich grüße den Herrn Natururin, der hier uns einfach schläft. Den man nicht sieht. Möchtest du ein bisschen? Hier. Aber ich habe es schon abgewiesen. Er nimmt trotzdem. Wir müssen auf jeden Fall eine Pfandflasche und Sammeltour machen durch Hamburg. Unbedingt. Was für ein Geiler. Du kannst einen Vlog machen. Ja. Warte, ihr wisst, wie es läuft. Warte, ich habe noch was. Oha. Dann machen wir es richtig. Ich habe mir noch so einen Korn. So. Wollen wir es noch teilen? Ja. Hier. Öffne es. Erstmal, wo sie das Knie öffnet. Und nun mal. Der Knie vertrocknet voll aus. Wir essen jetzt einfach die ganzen Süßigkeiten für das Video. Hier. Ich beinahe das. Das passt nicht. Danke. Na gut, wir legst uns mal in den Mülleimer rein. Wer hätte es gedacht, dass ich jemals auf deinem Kanal erscheine? Wie lange kennen wir uns fünf Jahre alt? Ja. Seit Ende 2018 kennen wir uns schon. Über das Internet. Grüße, Axel. Und ich grüße, Marie Grust. Und ich grüße Lon G. Wer war noch dabei? Und ich grüße jetzt Nico. Rob? Ach, mein Herz. Ich grüße Rob, Alter. Kuss. Hat jemand vergessen? Und ich grüße Klaus Kinski. Und weißt du was? Ich hab noch was. Oha. Irgendwann Snickers. Aber so viel schaff ich jetzt auch nicht auf Grünworten. Ja, was kommt denn da einfach? Ja. Falls ich noch ein Video mit Flatti machen soll, also in seinem Video auftauchen soll und wenn Snickers essen sollen, ihr wisst Bescheid. Jo. Ihr habt den guten Mann gehört. Schön hier, du hast eine echt schöne Aussicht. Ja. Ja, mal kommt das Video online. Ich weiß noch nicht. Ich denke mal heute im Laufe des Tages. Heute schon. Geil. Bis bald. So, das war's jetzt auch wieder von uns. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Boah, bravo. Bravo, mein Herr. Ist wahr, schön dich zu singen. Ich freu mich. Und bleibt bei Flatti dran. Abos und Liken. Tschüss. Wiedersehen. Boah.